Sie hören Madame Moneypenny – Wie Frauen ihre Finanzen selbst in die Hand nehmen können von Natascha Wigelin, gelesen von Claudia Gref Ein Hörbuch des Argon Verlags Geld ist der Schlüssel zur Freiheit Coco Chanel Nimm deine Finanzen in die Hand Ein Finanzbuch extra für Frauen? Ist das denn wirklich notwendig? Diese Frage kam früher oder später jedes Mal, wenn ich erzählte, dass ich gerade an Madame Moneypenny Wie Frauen ihre Finanzen selbst in die Hand nehmen können schrieb. Meine Antwort lautete natürlich, ja, ist es. Es ist absolut notwendig. Ich möchte dir kurz berichten, warum. In Studien und Statistiken zu Sorgenthemen von Frauen rangiert eine Angst seit Jahren unangefochten auf Platz 1 – Altersarmut. Besonders in Deutschland ist diese Sorge vollkommen berechtigt. Laut OECD ist das Rentengefälle zwischen Frau und Mann nirgends so groß wie hierzulande. Wir Frauen wissen um die Gefahr. In einer Amundi-Studie zur Altersvorsorge aus dem Jahr 2017 gaben 79% der befragten Frauen an, aufgrund ihrer Erwerbsbiografien im Alter eine Versorgungslücke zu erwarten. Ein weiterer beängstigender, aber nicht verwunderlicher Befund der Studie – 44% der 35- bis 55-jährigen Frauen beschäftigen sich nicht mit diesem Thema. Warum mich diese 44% nicht überraschen? Weil Rentenversicherungen, Aktien, Zinsen, Börse, private Finanzen wie unlösbare Rätsel erscheinen. Es ist ganz normal, Angst vor Dingen zu haben, die man nicht kennt. Und genauso nachvollziehbar ist es, diese Dinge darum ganz einfach auszublenden. Vermeidung ist bequem. Nur ändert sich dadurch leider nichts. Und wer sich doch damit befassen will, findet sich oftmals im Büro eines Versicherungsvertreters oder Finanzmaklers mit roter Krawatte und schlechtem Kaffee wieder. Dort sitzt man, tut so, als würde man alles verstehen, um nicht dümmlich zu wirken, und nickt brav. Letztendlich unterschreibt man die ungelesenen Verträge, damit dieser Gräuel so schnell wie möglich vorbei ist und man das Wort Altersvorsorge endlich ohne schlechtes Gewissen hören kann. So wie ich vor fünf Jahren. Ich war 26 Jahre alt und hatte soeben meinen ersten Vollzeitjob nach dem Studium gekündigt, um mein eigenes Unternehmen aufzubauen. Und dabei hatte ich offen gesagt, keine Ahnung, von gar nichts. Weder wie man ein Unternehmen führt, noch wie man seine privaten Finanzen organisiert. Doch eins hatte ich gehört. Auf die gesetzliche Rente ist kein Verlass mehr. Also entschied ich mich dazu, mich von der gesetzlichen Rentenpflicht befreien zu lassen. Ich zahlte nichts mehr ein. So weit, so gut. Allerdings, keine Rente ist ja auch keine Lösung. Kaum hatte ich diesen Gedanken zu Ende geführt, saß ich im Büro einer unabhängigen Finanzberaterin und gab mir große Mühe, so zu wirken, als würde ich jedes Wort verstehen. Wenn Sie Fragen haben, fragen Sie bitte, Frau Wiegelin. Natürlich, das war ja gut, dass ich Fragen stellen konnte. Aber woher sollte ich wissen, welche Fragen das waren? Ich war ja schließlich zu einer Beraterin gegangen, damit ich mich nicht damit beschäftigen müsste. Die nette Dame würde das schon machen. Das Resultat meiner Ahnungslosigkeit war eine private Rentenversicherung, die mich mehrere tausend Euro an Gebühren kostete, die als Provision an die Beraterin gingen. Aber dazu später mehr. Als ich dies, wohlgemerkt nach drei Jahren, herausfand, war für mich klar, ich muss mich mit meinen Finanzen auskennen, um souveräne Entscheidungen treffen zu können. Sich blind auf andere zu verlassen, ist keine Option. Was tut man gegen Ahnungslosigkeit? Richtig, man eignet sich Wissen an. Ich investierte fortan in meine finanzielle Bildung und informierte mich umfassend über Rente, Aktien, Börse, Versicherungen. Ich las etliche Bücher, hörte Podcasts, schaute YouTube-Videos, und kommer in ingriden, schaute tells mich. das ist saueridade. cosmische Phase, diese qüzyzenglage. Das ist interessant. z